Musik Schon in die Hosen gepisst? Oh Mann, hab ich ein Gefühl, dass wir nahe dran sind. Ah, du bist Frick, oder? Dich benägen. Und ich bin nicht erfreut, dass ihr meine Männer umbringt. Außerdem, als ich meine Leute geschickt habe, damit sie eure töten, weil sie meine getötet haben, da habt ihr noch mehr von uns getötet. Nicht cool. Ich glaube, dass es bald merkenlos lang geht. Ja. Du wirst es in ein paar Minuten bedauern, mich herausgefordert zu haben. Ja, das wirst du. Ihr arbeitet jetzt für mich. Habt ihr irgendwas? Dann gebt ihr es mir. Das ist eure Aufgabe. Also ich weiß, das ist eine ziemlich dicke, hässliche Pille, die ihr schlucken sollt. Aber runterschlucken, werdet ihr sie auf jeden Fall. Ich bin eigentlich nicht nachtragend. Aber ihr habt meine Leute umgebracht. Eine ganze Menge von ihnen. Mehr als mir recht sein könnte. Und dafür, dafür müsst ihr bezahlen. Und deshalb... ...werde ich jetzt einen von euch total besinnungslos prügeln. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017